Bonjour, madame Monsieur, je m'appelle Pierre, mein Name ist Pierre, ich bin gekommen von in Paris zu feiern in den Bundestag mit der Stefan und mit der Jacqueline und jetzt nochmal feiern. So, ich bin Maler von Peru und ich male nicht mit Leinwand und Pinseln, ich male mit Menschen. Zu finden diese Menschen, ich habe mitgebracht meine bezaubernde Assistentin Josephine. Josephine, kommst du? Bist du nicht schüchtern? Josephine, kommst du jetzt, aber sofort. Josephine, joo, kommst du? Alle warten auf dich. Schnell, musst du dich beeilen, Josephine. Alle warten auf dich. Josephine, ich bin zufrieden, ich bin zufrieden. So, Josephine, du bringst mir jetzt mein erstes Bild. Du mir bringst vier Männer und diese Männer, nimmst du fünf, ja, nimmst du fünf, weiß ich, du bist so ein Männergeil, ich weiß nicht. Warte, du bringst fünf Männer und diese Männer sollen kommen zu mir und sollen bringen die Sesse, die Stuhlaufgänge sie sitzen, sollen sie mitbringen. Ich bin zufrieden, du tungst fünf, lovely,ишьst fünf' Männer,cause ich bin zufrieden, nimmst du fünf Männer bei dir zu sein und zehn Dollar an spielen. Ich sehe, du bringst fünf Männer, das sind semi weniger Euro dangehin, du 읽en, wirst du acht Millionen Dollar an zu continuously beeilen, du dich fürаниiner Santos werden, denn du, nicht nur unterssä, dass du nicht wieder weiter mitbringen, Lüge Mann! Lüge Mann, Lüge Mann ist auch gut! Ist schon genug, Josef, viel ist gemein. So, liebe Männer, ich freue mich, dass ihr hier seid. So, jetzt, ihr legt euren Stuhl in die Hand, jawohl. Jetzt, ihr macht einen Kreis, macht einen Kreis. Ah, super, so kann ich einen schönen Kreis machen, muss ich es doch. Also, ich bin wieder glatt, macht einen schönen Kreis und geht in den Kreis. Du gehst, du gehst, du gehst in den schönen Kreis, jawohl. Meine Damen und Herren, betrachten Sie diesen wunderbaren Klick. Ich habe ihn genannt, der geregelte Stuhlgang. Hey, liebe Männer, brauche, danke, liebe Männer. So. Also, ich weiß schon, die Geburtstagskiefer gleich gleich unter. Kommst du gleich zurück, hast du schon kurz schnell. Kommst du gleich zurück. So. Die Geburtstagskiefer. Josephine. So, lieber Geburtstagskiefer, das ist nicht dein Mann. So. Liebst du Kärte? Ein Ritt, ein Ritt, stellst dich schön in die Mitte. Machst du Hände nach vorne. So, und jetzt betrachten Sie diese Schäfie, ich habe genannt, die Armleuchte. So, gleich, recomp gemacht, das ist ein Ritt zu starten. Sehr toll. Ich hab's so üblich aus dem Dach. Josephine, wo bringst du auch so gleich mit 4 Meter lang? Aber schnell! Darf ich mal, ihr Kultreskind sitzt hier. Wie lange? 4 Meter brauchen wir. Ihr Kultreskind darfst du hier sein? Nein, ich darf das nicht aufschauen. Eine Wann haben wir schon, das ist gut. Gibst du ein erstes Tippel bitte? Machst du hier? Keiner beißt. Hat zwei gemacht und zwei in den Tippel? Ja. Kommt sie? Keine Angst. Keine Angst. Jacklin beißt nicht. Ah! Schau zu dir. Schau zu dir. Du schau zu dir. Du schau zu dir. So. Noch eine Frau von oben. Und dann noch eine Frau von oben. Und dann noch eine Frau von oben. Und dann noch eine Frau von oben. So jetzt schön über die Geburtstagskinder halten. Ein bisschen nach vorne. Das ist nicht schön. Ja, so ist schön. So. Und jetzt, Sie können betrachten dieses wunderbare Bild. Ich habe gesagt, die überspannte Frauenzimmer. Super. Dankeschön. 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 Ja. So Josephine. Ich brauche jetzt die Band im Bundestagskind. Der kann jetzt nichts Kaffetterliches. Und er soll mitnehmen als seine liebe Ehefrau. Das ist schön, gell? Ja. Ja. Koffensklick. So. Liebe Ehefrau. Du brauche ich auf die Sesse. Vorstellbar. Wir lassen. Sehr gut. So. Liebe Ehefrau. Du brauche ich auf die Sesse. Ja. Das ist deine. Das ist deine. So. Und jetzt, du dich die Hand in die Hände. Heizte noch die zweite Hand ab. Ja. Und du heizt unten. Ja. 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 Und jetzt, Liebe schauen Sie diese wunderbare Bild. Ich habe genannt. Ein Ehemann lässt seinen Drachen steigen. Da war son. Juhu. Oh! Juhu. 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 Jetzt brauchen wir. Keine Männer, wir brauchen jetzt Damen. Mh. Kriegst du fünf Damen, kriegst du große Damen, kleine Damen, kriegst du fünf Damen. Sei gut. Tschöse. Oh, so viele schönen Damen sind da, ich freue mich sehr. Ist schon gut. So, bitte, liebe Damen, stellen sich hintereinander, in einer Reihe hintereinander, jawohl, jawohl, jawohl. So, und die letzte Dame, die kommt, ist, und du bist essen, 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 schön essen. Nun betrachten Sie dieses wunderbare Bild. Ich habe ihn an die letzte Frist. So, wir kommen jetzt schon zu dem letzten Bild. Schau, ich brauche mich jetzt. Viele Männer und viele Frauen. Alle aufstehen. Und machen wir anders, machen wir anders. Bitte alle aufstehen. So. Sie reden vielleicht von die neue Wicke. Hatten wir vorher Wicke. Ja. Und man kriegt die Beine. So. Eingehen. So. Eingehen. So. Und schukeln. Und schukeln. Und schukeln. Und schukeln. Und alle wünschen, schukeln. So. So. Und dieses wunderbare Bild. Gruppenbild. Ich nenne es Gruppensex im Altersfall. Super. Danke. Vielen Dank.